Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo! 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 Ich würd gern was bestellen! Ja, ist ja lecker! Ja, mir tut's auch leid, ich hab's eilig! Der haut kein Geld von mir! Kann ich anschreiben? Hallo! Oh, hallo! Steh auf, steh auf! Schlapp mich vor dem Kunden! Hallo! An mir den Eis hier! Hör auf! 1,50 macht es bitte! Super, dankeschön! Entschuldigung, schönen Tag noch, ja? Tschüss! Du kannst hier nicht penzeln! Den kannst du nicht mehr sauber! Meine Fresse, lass dich! Hallo! Kannst du da irgendwas für Sie tun? Schön, alles gut bei mir! Kaffee noch genug da, ja? Oder einen Kuchen oder so? Nee, okay, super, danke! Es tut mir leid! Dana, musst du mir bitte zuhören, bitte! Das ganze Wochenende, du meldest dich nicht mehr und sowas! Ich möchte einfach nur mit dir reden, bitte! Das mit der ganzen Grabsache, das musst du verstehen! Das war nicht geplant! Ich wusste auch nicht, dass es die Gräber nicht mehr gibt, aber warum bist du so mehr? Ignorier mich doch bitte nicht! Ignorier mich nicht, bitte! Das tut mir weh, sowas! Nein! Warum machst du das denn? Ich habe doch nichts Schlimmes getan! Entschuldigung! Ich verstehe nicht, was ich nur machen soll! Bitte! Du bist auch hier? Dana, hör doch mal zu, bitte! Kannst du mal ganz kurz bitte sagen, warum du nicht hier vorne bist? Hallo! Es tut mir leid, bitte! Was tut mir doch leid, bitte! Kannst du ihm von mir ausrichten, dass er seine Scheiß-Lüben sich sonst wo hinstecken soll? Nein, verstehst du es nicht! Es war keine Lüge! Ich habe nur so schützen wollen, Mann! Nichts! Hallo! 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 Es ist mir egal, wenn ich meine Ahnung zu bekommen! Es ist mir egal, wenn ich meine Ahnung zu bekommen! Es ist mir egal! Nichts! Ja, ich weiß es selber nicht! Kaffee, Milch und Zucker! Okay! Setzen Sie sich schon mal hin oder so, dann gerne! Wollen Sie noch einen Kuchen dazu? Nee, ich muss abnehmen! Ist er ihr ernst? Okay! Hör doch mal bitte zu! Es tut mir leid! Ich bin jetzt einfach mal in Ruhe, Mann! Du musst doch verstehen, dass ich das für dich gemacht habe! Lass mich los! Ich kann nicht! Ich muss um dich kämpfen, das weißt du! Ich kann dich nicht einfach gehen lassen! Verstehst du das nicht? Nein! 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 Lass mich mit dir reden, Mann! Lass mich mit dir reden, Mann! Das springt doch nicht so! Was ist denn hier so... Siehst du was du machst! Lass mich mit dir reden! Kann ich jetzt einen Kaffee trinken? Hallo! Kaffee bitte! Ich kann das nicht! Oh Mann, was ist denn hier los? Was verstehst du daran ich kommst du nicht doof von mich die ganze zeit zu verfolgen Lass mich doch einfach kurz wenigstens ausreden lassen Nein ich möchte nicht Gib mir die tüte wieder ich will einfach nur meine ruhe haben und meine bürger jetzt essen Was ist das für eine kinder kacke gib mir doch jetzt einfach meine bürger Du redest hier von kinder kacke kannst du mal bitte kevin ausrichten Gerade im kiosk da brauchst du ja nicht von kinder kacke reden Du kriegst den wieder nur lass mich bitte kurz ausreden ok Ja hau raus Kevin ist total fertig Er ist total am ende und er braucht dich er liebt dich verdammt nochmal Und das ganze was passiert ist das hat er einfach nur gemacht weil er dir deinen wunsch erfüllen wollte Ok dein Traum Was das war das mit den gräbern wir wussten das doch nicht Wir konnten doch nicht wissen dass es eine abzocke ist Stand denn nirgendwo Warte mal wir wussten das nicht Ist das gerade dein scheiß ernst Olli Ist das gerade dein scheiß ernst Du willst mir sagen dass du die ganze zeit davon wusstest Das mit der gräber scheiße und dass es eine abzocke eigentlich ist Weißt du was weißt du was und ich dachte du bist ein freund von mir Du bist nicht nur ein freund von kevin sondern auch von mir aber geschnitten Weißt du was du bist genau So ein verlorenes arschloch wie kevin Ihr könnt mir beide nein Nein Es ist scheißegal kevin liebt mich Nein wenn er mich lieben würde würde er mir die wahrheit sagen Und du bist auch kein freund Weil sonst hättest du mir auch die wahrheit gesagt Ohne witz Ihr könnt mich beide mal hart am arsch lecken Seid doch nicht mehr normal Geh mir einfach auf den augen Geh mir einfach auf die Tänne Na? Alles klar Chef? Na? Geht Alles gut? Ja und bei euch? Wir sind schon mal drin ne? Braucht doch nicht mal reingehen Wieso? Habt ihr Geld? Nee aber du schuldest uns noch Geld Ach ich schulde uns noch Geld ne? Ja na klar Ja klar Wir haben noch nen Deal Wir haben die ganze Zeit in meinen Kiosk abgelaufen Wir haben das eingekauft Von meinem Geld Und ich schuld euch jetzt noch Geld Na wir haben doch nen Deal Leute der Deal ist geplatzt Es gibt kein Geld mehr Okay? Könnt ihr euch jetzt einfach Hä? Nein es gibt kein Geld mehr Was ist denn da? Was gibt's denn da warum? Ich bin nicht verpflichtet euch wie ein Arbeitgeber um Geld zu geben Okay? Verpisst euch jetzt einfach Es gibt keine Kohle mehr Soll ich's euch so erklären oder was? Was? Du schuldest uns aber noch was Du schuldest uns doch ganz schön viel Piss dich einfach mal Tickst du nicht mehr sauber mit Stammkunden so umzugehen? Was für Arbeitgeber und Geld geben, hä? Was für du schuldest uns noch was? Ganz schön viel Ich hab mit dir geredet Kannst du mir mal antworten? Kevin kannst du mal verdammt noch mal stehen bleiben und mir sagen was die meinten jetzt Und was das Was, 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 was weiß ich nicht Was hast du gerade gesagt von wegen Arbeitgeber, Geld und so Ich geb euch was Hau einfach raus mit der Sprache okay? Ich hab die bezahlt für dich Weil dein Kaffee nicht so gut gelaufen ist Und dann wollte ich halt einfach, dass die halt bei dir einkaufen Das war alles mein Geld Dadurch hab ich die Kräfer verkauft Und ich wollte halt einfach dadurch neue Kunden generieren Und mich weiter belügen Und mich Ey Weißt du was? In meinen Augen bist du gerade einfach nur das Letzte Und du trittst jetzt gerade mit deinen Füßen noch 500 Mal mehr auf mein Herz Wie... Wie kann man... Ich versteh's nicht Echt Geh mir einfach aus den Augen für immer Ich hab's doch nur gemacht, weil ich dich liebe, Dana Du blödes Arschloch Ich hab dir einfach komplett vertraut und dann belügst du mich ohne Ende? Blödes Arschloch, ey! Blödes Arschloch, ey! Hey, Dana! Hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey Ich glaub's nicht. Janis ist immer noch auf der Wache und wird verhört. Ich hab gar keinen Plan, wie's da weitergeht. Ich hab scheiß Angst. Was ist bei dir los? Was ist los, Digga? Ja, dann weiß ich jetzt alles. Komplett. Ja, dass ich das mit den Kunden gemacht habe, mit ihren Kids. Alles mit dem Kaffee und... Digga. Fuck, Alter, es tut mir leid, Mann. Scheiße. Ich kann verstehen, dass du sauer bist und du hast auch jedes Recht, sauer zu sein. Aber ist es das wirklich wert, diese komplette Beziehung aufzugeben? Du weißt, du liebst ihn, er liebt dich und das extrem. Geh hin. Digga, ich hab doch nichts gemacht, oder was? Was, 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 was ist denn das für ein Film eigentlich die ganze Zeit? Ich versuch mich 50 Mal zu entschuldigen, ich ignoriert mich komplett. Warum? Sag mal ehrlich, sag mal jetzt bitte ehrlich. Ich hab nichts anderes gemacht, du weißt, ich weiß, ich hätte auf dich hören sollen, aber ich muss das machen wegen Geld. Ich hab doch nur was für das Gutes gemacht, oder nicht? Sag mal jetzt ehrlich, ich hab ja was für das Gutes gemacht, bin ich verrückt? Nein, es macht nichts Gutes. Ich hab das Gefühl, dass ich so viele Gedanken gar nicht habe. Ich meine, du und Dana, ihr seid füreinander geschaffen. Natürlich liebe ich ihn auch, ich liebe ihn von ganzem Herzen, aber ich kann ihm einfach nicht mehr vertrauen, verstehst du? Er hat mich schon wieder belogen, Aurelie. Er hat mich schon wieder belogen, obwohl ich ihm gesagt habe, ich will keine Lügen mehr hören. Er hat unsere Beziehung aufs Spiel gesetzt und ich kann ihm einfach nicht mehr vertrauen. Ich kann das ja verstehen, aber ich meine, schau mal, er hat diese Kids doch auch nur bestochen, um dich zu beschützen. Und es war ein Fehler, ja, aber... Warte mal, willst du mir gerade sagen, dass du davon wusstest, Aurelie? Du wusstest davon? Du wusstest die ganze Zeit davon, dass er mich belügt? Dass er nicht ehrlich zu bist? Nein, Aurelie, weißt du was? Geh bitte einfach, wir schwinden aus meinen Augen. Bitte, geh! Du bist genauso ein Verlogenes, etwas wie Kevin Gebet einfach und ich dachte, du bist nur Freundin von mir. Wie könnt ihr denn alle mir einfach so ins Gesicht lügen, Mann? Das ist gut, ich möchte euch auch nicht alle anschreien, ich weiß es auch zu schätzen, du möchtest mir nur Gutes zureden, aber das ist nicht so einfach. Was soll ich jetzt die ganze Zeit zu dir sagen? Weißt du, was ich meine? Ich verstehe schon. Ich selbst muss ja dran glauben, wenn du dran glaubst, okay, aber ich muss dran glauben. Aber ich glaub nicht dran. Dana liebt dich und glaub mir, es wird alles wieder. Vertrau mir einfach. Okay. Ich rede nicht. Kevin hat durch seine Lügen einfach alles kaputt gemacht. Unsere Beziehung, unseren Traum vom gemeinsamen Kiosk, einfach alles. Hi. Ähm, ja. Ich wollte dir nur mal sagen, dass du definitiv nicht gehen sollst, sondern ich werde gehen. Ueli, nein, guck mal, es tut mir leid wegen ihm. Okay, ich wollte dich nicht so anbrüllen und so. Du musst einfach nur verstehen, dass ich gerade wegen der ganzen Sache mit Kevin so unfassbar verletzt bin. So richtig und... Kann ich verstehen. Dann höre ich auch einfach noch, dass du von der ganzen Sache wusstest und so. Und natürlich bin ich dann enttäuscht, weil du eine Freundin von mir bist und ich auch... Es tut mir einfach leid, dass ich dich so angebohlt habe. Okay, ich will nicht mit dir streiten und ich wollte... Ich will mich auch nicht mit dir streiten. Sorry, aber du musst auch nicht gehen, weil es ist also... Bleib einfach hier, pack deine Tasche aus und... Nein, also Dana, zuallererst solltest du definitiv hierbleiben und das nochmal mit Kevin klären, weil... Ihr beide seid eins, ihr beide liebt euch über alles. Das sollte man einfach nicht so wegschmeißen. Guck mal, Ueli, er hat mich... erneut einfach angelogen und ich kann ihm nicht mehr vertrauen und ich möchte auch am liebsten jetzt gar nicht mehr über Kevin reden, okay? Lassen wir das Thema einfach gerade. Okay. Ja, und... Wo willst du denn jetzt bitte hin? Ich, ähm, flieg nach deiner Riffa. Ich hab mir heute Nacht einen Flug gebucht. Zu meinem Vater. Der ist ja da und... Doch, ich muss definitiv, Dana, hier hält mich gar nichts mehr. Hier hält mich nichts. Guck mal, ich hab keinen neuen Job, ich hab keine neue Liebe, gar nichts. Meine Freunde machen mit dem Leben weiter und ich hab das Gefühl, ich steh auf einer Stelle. Ich will weiter. Und deswegen muss ich gehen. Ich komm dich aber besuchen, okay? Ja. Immer. Jeden Sommer. Wirklich. Ich mach immer umsonst Urlaub dann bei dir, ja? Okay. Kein Thema. Boah. Kann ich dich mal zur Tür bringen? Ja. Ja. Ich mach das schon, ich mach das schon. Das ist ein bisschen schön. Oder ich bring dir wieder an dein Zimmer, die Tasche. Okay, okay, okay. Willst du dir sicher? Ich bin mir ganz sicher. Ich kann das nicht lernen. Tut mir leid, der sitzt nicht irgendwo ab. Hey. Was ist... Rego? Jan sitzt im Knast. Wie Jan sitzt? Das ist ein Mordverdacht. Warte, 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 warte. Wie? Wie? Er sitzt im Knast, weil... Was? Er sitzt im Knast! Nee, sorry, da muss ich jetzt ganz kurz... Okay. Was ist denn hier los? Woher bist du? Ich ziehe zu meinem Vater nach Teneriffa. Ja. Ich werde gehen. Olli. Was machst du? Ich ziehe zu meinem Vater nach Teneriffa. Aber ich hält hier nichts mehr. Ich kann nicht hier bleiben. Du lässt mich hier allein? Aufzug. Und was ist jetzt gerade jetzt? Einfach so? Weißt du, ich hab genug Probleme. Okay, alles klar. Du hast auch deine Probleme. Denn dann bitte. Dann hau ab nach Teneriffa. Ist ja Spanien. Durch deine Eltern. Können wir uns trotzdem vernünftig Tschüss sagen? So wie normale, erwartene Menschen. Inseln ist schön. Ja. Dann kommt wieder, ne? Mal gucken. Du willst doch gar nicht gehen. Ich muss weiter machen. Hey. 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 Wir telefonieren immer. Und du sagst mir, wenn du angekommen bist. Und du schickst mir immer Bilder. Und dann freue ich mich auf den Urlaub bei dir. Okay? Okay. Mach ich. Gut. Jede Reise endet mal, ne? So. Nachts gut. Ich dich auch. Tschüss. 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 Ich weiß, dass ich dich nicht verdient habe und ich weiß auch, dass ich es nie wieder gut machen kann, was ich dir mit meinen Lügen angetan habe. Aber trotzdem will ich dir hoffentlich nicht aufgeben, dass du mir irgendwann verzeihen kannst. Nimm den Schlüssel und kümmer dich jetzt ums Café. Ich bin weg. Nimm bitte den Schlüssel und kümmer dich jetzt ab sofort allein ums Café, okay? Hör mal bitte einmal zu, bitte. Was soll ich damit? Kevin, sag mir, was soll ich mit so einem Scheißbrief? Alles, was da drin steht, ist bestimmt wieder nur gelogen. Kevin, du hast mich einfach von vorne bis hinten verletzt. So, Kevin, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Lass mich bitte in Ruhe, bitte. Hast du ein bisschen Verständnis? Bitte nur ein bisschen Verständnis für mich. Für die Situation. Kannst du dich ein bisschen in meine Lage vorsetzen? Ein bisschen nur. In was für eine Lage, Kevin? Für was soll ich Verständnis haben? Ich hab's nur für dich gemacht. Für was? Ich weiß, ich liebe, verstehst du das? Ach so, und jetzt bin ich jetzt noch schuld. Nein, nein. Jetzt bin ich jetzt noch schuld. Ich soll Verständnis dafür haben, Kevin. Du hast mich angelogen die ganze Zeit. Nein, und ich kann dir nicht mehr vertrauen. Lass mich bitte. Ich will einfach nur, dass du mich in Ruhe lässt und ich will jetzt gehen. Kevin, bitte. Also ist das alles für den Arsch, oder was? Würdest du jetzt alles hinschmeißen aus den einfachen Gründen wegen dieser Sache? Liebst du mich null? 0,0? Liebst du mich gar nicht mehr? Nicht mehr. Gar nicht mehr. Es ist noch nichts mehr. Dana, bitte. Das kannst du doch nicht weiter. Das kannst du nicht. Bitte. Komm her. Bitte, bitte. Natürlich liebe ich dich noch, okay? Ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber ich möchte nicht. Hör mich jetzt. Lass mich bitte. Nein, Dana, bitte. Bitte, hör mir zu. Bitte, hör mir zu. Lass mich bitte einfach so gehen, okay? Lass mich gehen. Lass mich anschauen. Nwoodin. Wie? But will I stand, will I, don't know